Was willst du denn? Der soll es sein. Der Sechser, ja. Versponsert, aber auch nicht. Das ist ja der Präsident, oder? Ja, genau. Ja? Ja? Wir, wir, wir nicht. Das Wichtige ist, dass du das Bier hast. Ich weiß nicht, aber das ist egal. Hey, jetzt. Ein paar Meter drinnen. Drei Meter. Der läuft ja nichts. Okay. Ja, genau. Das habe ich auch gesagt. Das war schon immer so. Ja. Das war aber Platzfehler. Ja, aber dein Reise ist nicht so weit dein. Wie war es wohl? Ja. Gleich wie im Berg rum. Ja. Danke. Danke. Ja. Na, warte. Na, Alter. He. Na, Alter. Ja. Ja. Na, Alter. Na, Alter. Na, Alter. Ja. Ja, ha. Ja, na. Na, Alter. Wir gehen hier runter. Wo geht es. Das ist ein Pferd. Das ist eine Pferde. Jetzt geht es. Wie kann man das? Das ist ein Pferd. Das ist ein Pferd. Das ist gut geworden. Das war Paul. Der hat nichts getan. Der hat die Brüder geschossen. Ja. Aber er war nicht schlecht. Finde Maragel. Ja, unter dem. Ich weiß auch was von Gold. Ja. 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 Das ist eine Brücke. Was ist wohl, wie ist das? Ein Freitransportator, ja. Du willst ein bisschen auf den Stadion sprechen, bitte. Das ist noch ein bisschen lang. Schon, aber der hat gerade... Ich bin mit seiner Rolle im Klang. Der wohnt. Ich meine, du musst dich rummachen. Brauche ich ja nicht. Keinein da haben. So, sag ich was du tun. Eeeh! 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 Schau dir die Foto an. Ja, wieder. Schau dir das an. Willst du ja doch, Satic? Satic, du bist ja der Neiner. Ah, der Neiner? Bis jetzt noch nichts gezeigt. Das ist der beste Mann momentan. Wie? Der Mann hat eine Chance. Und er hat eine Chance. Ich bin ein Verbrecht von Kop. Behördlich. Wollen Sie aufpassen? Nein, es wird verwerben. Das war klar! Das war klar! Das ist schon vorbei! Das war klar! Das muss ich draus sagen! Mit mir! Ja, gerne! Ja! Bring ein Bier mit! Was? Ja, auch gut! Ich hab nicht die erste Runde eh gezogen! Ja! So, bedank dich bitte mit einem Retourbier bitte! Entschulde eins! Entschulde eins! Gerne! Entschulde eins! Ja! Ja! Was wieder? Polo-Proven! Ja! Sind wir mir am Pol geblieben? Ja, gut! Ja, gut! Blöder ist natürlich von der Hesse! Das ist noch nicht so lustig! Ich hab lieber Polo-Proven! Ja, ja, ja! Ich hab lieber Polo-Proven! Ich hab lieber Polo-Proven! Ja! Ich hab lieber Polo-Proven! Na, schaut auf einmal rein! Ja, nachher ist nix! Das ist schon klar! Ich hab lieber Polo-Proven! Ja! 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 Mondlu ut! Ich hab соврем' bolt! Ich hab immer bestanden! Oh! Wir spielen auf der Nummer-Ausend! Man muss daussen mitnehmenkommen. Nein! Das ist der beste Muharremowitsch von Oli. Boah, 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 Boah. Boah, 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 Boah. Boah, 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 Boah. Boah, 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 Boah. Boah, 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 Boah. Boah, Boah, Boah. 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 Was? Ich will mal ein Kühlbastür noch. Ja, aber kann man zulassen. Verrat nicht einmal, schau nicht an den Job. Ich soll gleich Dankwart. Echt? Echt? Wollen wir den gleichen Mann auch noch haben? Ich gebe Ihnen nur einen Dankwart. Den. Gipsel an. Den seid man. Na. Dankwart. Der 14. Da muss ich vorne. Das Gedenksteine, der ist so, wie Robert hat er gesagt, der ist nicht mehr da. Und der ist nicht mehr da. Du, wie viele Jobs wird der schon kommen? Ich meine, ein 15er wohl schon. Ebener Wohler. Ein 15er, meine ich, wird er wohl schon kommen, ja. Na. Schau. Du. Schau. Ah! Schau. Hey! Hey! Was ist denn mit dem? Bumscheinzwoher erst. Ich schicke auf Salz mehr. Ja. Ja. Der Partytopschütel. Schau. Schau. Ja. Den haben sie bestohlen. Ja. Schau. 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 Das war jetzt, pass auf. Ich weiß nicht, keine Ahnung. 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 Das ist ja früher, weil ich das ja ganz anders bin, bis ich bin Null gestanden ist. Jetzt. Na, jetzt. Na, Rommel, siehst du, sowas braucht man. Ja, sowas braucht man. Ja, sowas braucht man. Ja, siehst du. Ja, siehst du. Da hinten, ich hab' vorher gespielt. Ja. Ja, das ist ja so gewohnt. Ja. Vielleicht sag mal mir, so ... Ja. Du wirst Travelcraper rein, wenn du auch niederw Caron ... Ganz genau, ja. Karmel, ja. Karmel, ja. Ja, genau, ja. Die Flanken und die Linken kommen ja nicht so schlecht. Das habt ihr nicht gesagt. Abgesehen davon, dass man jetzt ja die Pizzeri im Monschop sieht. Momentan. Momentan sehen wir die Pizzeri im Monschop. Ja, ja. Opa. Hört ihr das so? Dad! Sie haben es jetzt. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, ja. Der Raschidi folgt her. Ey, dann soll er aufgehen! Halt einmal den Schnabel. Sei leise. Dann soll er aufgehen. Dann geht er runter. Soll er ausgehen! Alles wird schlecht gemacht. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, das war schon gut. Da war es 5 Meter drin. Scheinbar kann aber nicht. Ein Uferstück. Der Fall war drin. Ich sag ja, er war drin. Ja, ich sag ja, er war drin. War nicht drin. Es geht ja noch weiter. Ja, es geht ja noch weiter. Boah, der Unterschied. Vielleicht sieht der zweite Halbzeit der Soft aus. Ein bisschen aus dem Stürmer da. Gibt's auch nichts. Ja. Oder anders da hält er's den nicht. Wie geht's schön raus. Boah, Schieder. Schau. Boah, ja. Boah. Tja, gerade um. Boah. Jetzt spurt. Jetzt kommt der Counter. Jetzt kommt der Counter, ja. Ja. Bä便 doble ist advisors. Ja. Das ist either Nachbar. Das ist ein Schilder. Ja, das hört sich schon wieder an. Schau, dann haben wir noch 15 Minuten. Wie groß ist denn so eine Fehler? Wenn die Kinder weg zu sehen. Jeder ist. Wenn sie so eine Fehler machen. Ja. Ein routinierter Spieler. Holzbült. Ja. Er wurde nicht aufsett. Schau, wir haben das schon öffnet. Das ist schon dort. Das ist schon on fire. Hier war Paletswara. Ja, ja. Der Rebele. Die haben sich verkühlt. Also Funkwara haben sie gesagt. Also Paletswara nicht haben sie. Also das Rebele. Ja. Aber der hat den Kopf vorher. Der hat den Kopf vorher. Ja. Dann soll er sich woanders hinsetzen. Genau. Ja, das war da blot bist. Ich muss es rüber nachschauen. Man muss es da achten. Aber der Spieler schaut immer schlecht aus, natürlich, jedes Eck war. Sieht man wohl, dass der schief ist, der Blot. Ja, wenn man so umschaut, ist das schief. Ja, aber Naturrosen wird nicht gleich rot sein, als wäre Kunstrosen. Ja. Obseits, obseits. Ja, genau. Ja, 1-0 noch. Zweite Halbzeit schon umgekommen. Ja, ich bin raus. Sag, der Juli sauft so. Sag, der Juli sauft so. Sag, der Juli sauft so. Nein, ich nicht. Na, Rudi! So, tschüss. Das klappt sich, das hat sich jetzt aber nicht geklappt, Gerhard. Gerhard, das hat sich noch nicht geklappt. Der Ola, lieber. Der Ola, lieber. Ah, darf der nicht deine spülen. Da hat er agora nicht gewonnen können. Komm, ich schau mal, das war gut. Komm, ich schau mal mal. Der braucht ja nicht mehr. Der braucht ja gar nicht mehr oder, der braucht ja gar nicht mehr. Wo ist ja gar nicht mehr mehr. Nee. Unfortunately, 0-2. Er hat da früh durchgeschaut, Gerhard. Ja. Er hat da früh durchgesaut, ja. Ich habe die Leventung. Rüttelpause. Erste Rüttel? Nein, er hat den sogar. Da haben wir ja auch den Hohler umschauen. Der hat die Rüttelpause. 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 Wird gerne mal abspülen, oder wie? Wir werden ja auch noch mal abspülen. Schade, es geht wieder eins auf eins. Eins. Schade, es geht wieder eins auf eins. Was meinst du? Schau. Hey! Wer? Ja, kein See. Ja, auch wo kann man... Es ist ja echt voll. Ja. Ja, und hinten steht immer noch 200 Verteidig um. Ich da wohl. Schau mal, wo unsere immer stehen. Ja gut, die sind ja... Ja. Puff. 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 Ja, aber wieso? Das war doch ideal gewesen, oder nicht? Das ist besser, aber es geht. Ich hab jetzt ja schon eh noch gesagt, aber das kann man nicht mehr. Ja, aber... Man ist ja nur ein kleiner Ding, der keine Ahnung hat von Ihnen gewusst. Ja. Ja, hat schon recht. Hat schon recht. Ja. 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 Ja, wahrscheinlich so. Puff. 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 Komm mal zum Papa um und sag wirklich. Machst du die Batsch? Ja. Ja, auch mal. Sag mal. Ja, sag einmal. Was ist es? Du bist jetzt nicht im Sand am Kuhn. Nein. Dass er umgeht. Bitte gerne. Das tut mir nicht. Was ist es mit dir los? Ja, das tut mir nicht. Das tut mir nicht. Das tut mir nicht. Raus. Deswegen muss ich ja immer eine Wechsel holen. Ja. Ja. Ja, das wird doch gut. Wir wollen. Ja. Wenn es er fertig holt hat. Wir wollen Sportis. Ja, aber dann... Fischen wir ja schon wieder. Wir müssen ja schon wieder umfischen. Wie ist das denn? Ich weiß. Ich kenne keine Ahnung. Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht, wo du überhaupt... Boah, verdammt. Super kohlen. Super kohlen. Pisto, eh. Ja. Boah, den hat er wirklich gut gekohlen. Den hat er wirklich gut gekohlen. Pisto here. Tja. Älper. Ist ja reichdost. Es ist nie wieder da, es ist die Firma, die wir hier sehen. Du erschierst, ist aber die Kasserei auch vorbei. 20 Minuten. Ach so. 60 Minuten. Alle. Alle, ich bin ja wohl schon 25 Minuten wieder. Entschuldige. Sieht sich sowohl schon ein bisschen zu. Ja. 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 Hau mal da hin. Da stimme. Das Bier kalt. Ja. Besser kalt. Baaah. 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 Ja. Baaah. Vielen Dank. 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 Ja, genau. 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 Dann hat es eine Folge 2-0-Spuren, dann haben sie gegen eine linke Eichsverballer aufgeteilt. Paul! Mit dem Hut los! Der Hut soll in der ersten Karstenberg von einer zweiten Stadt, von einem Hochwuchs. Tschöp! Tschöp! Mhh! Lein von Valeri! Ja! Das ist so! Was denn? Ich muss mal schauen, wo er steht für das Sextil. Was kann man sagen? Das macht er nicht. Tschöp! 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 ein paar Orts, dass wir ihn holen, so gehen wir nicht. Ja, du musst ihn bitte schicken. Kannst du raus? Nein, kannst gar nichts holen. Weil er weiß nicht, ob er gehfähig ist oder nicht. Kann man ja nicht holen. Nein, gar nichts holen. Das stimmt ja. Das stimmt ja nicht. Ja, jetzt ist er ruhig und fertig. Was soll sein? Was soll sein? Gehen wir, gehen wir, gehen wir! Schau! 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 Herr Hunkun, bitte. Mit der Kase noch, Hansi. Matthias haben wir am Stor. Geht's an? 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 Hier haben wir einen Rundtapet. Hier haben wir einen Rundtapet. Wir sehen uns nichts. Ich weiß nicht. Ich bin da hinten. In der 65. Spielminute ein Spielerwechsel bei KFC 1909. Geht der noch 15 Minuten? Nino Martinac. Ich darf der Uhr aufherschauen. Du, ja. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Die Mütter nochmal. Maximilian Watscher. Und neuem Spiel. Mütter Nummer 10. Sandro Rosé da Silva. Ja, super. Boah! Der Hut fährt hier. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Komm, komm, komm. Komm, komm, komm. 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 1.7 Uhr, ja? Das ist alles, ja. Das ist alles, ja. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. F! Foul, bitte! Jetzt! Warst du nicht? Tja! Puff! Nein! Wir müssen ja da sein, oder? Wir müssen ja da sein, oder? Wieder da! Zwar zwar! Zwar zwar, ja? Zwar zwar! Kontakt, ja! Zwar zwar, da gilt es nicht nach oben! Ach! Schockt er躍, schockt er躍! Ich schockt er躍! Eeeh! Die ist märkig, so wie! Die sind märkig! Buff! Buff! Es ist aber normal, dass jeder immer Buff kraft. Aber nicht! Fünf Minuten Straß, gell? Und? Lecker! Ja, ein Wort. Rubier, Rubier! 5. 6. 5. 6. 6. ... ... Rote Pieren. Schockt. 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 Mir natürlich auch nicht. Hier ist so ein Klo. Jetzt kann der Toga liegen. Jetzt kommst du. Hier, dort. Vielleicht ist es noch ein bisschen. Woh, Woh. Woh, Woh. Woh, Woh. Woh, Woh. 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 Der T-Spiel. Fünft Minuten wird er gehen wieder. Und dann ist das wieder. Boah. Schau mal den Saulo. So... Muuu, süßes. Normaler Post-Check. Also, weil ich... Jetzt Puff ihn! Wohl! Ja und? Das macht ja nicht. Das ist egal. Ah, der hat eine gescheite. Ja. Du, fünf Minuten, fünf Minuten. Ja, genau. Aber ja, auch viel gescheit. Ein Cross-Check. Ja, zwei Minuten Warte. So wie es überall vor kommt. Da hat er genau die Warte gerollt. Da kann er keiner unterbauen. Wie ist er manchmal so? Was? Wo ist denn? Was ist denn? Hörster Tag, überhaupt nichts? Was? Das hat er überhaupt nichts gehört. Ja. Guck mal. Guck mal. Aber du hast da wirklich gefeiert, ne? Und ich fahre. Kiki Goldpohl! Das schauen wir an. Kiki Goldpohl, da schauen wir uns an! Genau! Das ist Samuel der Werbung. Ist es relativ? Richtig. Ja, das ist relativ viel. Das war's für heute. jetzt kann ich jetzt hier ich bin jetzt ganz da das geht ein Das ist ein Mann, kein Fehler. Was ist aus, ist aus. Mit den Arten. Von der Hutschstahner aus, das ist am Boden. Und der Hutschstahner, der ist ja hin, bitte. Der ist ja tot, bitte. Der ist ja wohl. Viel zu weit weg. Obwohl, gibt noch. Schau, der ist schon. Unglaublich. Seid. Einen 5. Gibt es Sagan wieder 5? 2. Ich habe nicht gesagt, dass du 5-4 hast. 4! 4! Hahahaha. Oh, heute ist es. Wir haben ein Glück gehabt. Gut, Arschweiden. Warte. Warte. Hör. 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 Das ist ein großer Toasen. Ich weiß es nicht, ich laufe. Wie geht es hier wieder zu Gas? Hört er wieder an. Wie geht es hier wieder? Aber hier kommt der Kopf, ich komme. Das geht dann hin, da muss ich. Der Mund geht schon wieder zum Gas. Ja, wir gehen. 2-0 verloren. 2-0 verloren. Endbestand der Partie. Grazie 1909. Bindernis-Verspital 1-0. Gratulation. Ich bin aber üblich dahin. Ja, wo geht der denn? Wo geht der denn? Zwischendurchs 3 zu 2 für Salzburg. Danke für euren Versuch. Ich wünsche euch noch ganz schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Bleiben wir euch völlig.